Es ist die ehrenvolle Aufgabe, im Namen von Herrn Özbek und Herrn Prof. Seipelt, die Grußworte auch hier auf dieser Seite zu erbringen. Viele von Ihnen kennt mich wahrscheinlich schon aus den vergangenen Jahren, von denen, die schon häufiger hier waren. Ich möchte es insgesamt kurz halten. Jeder von Ihnen, der hier sitzt, auf den können eigentlich die Arbeitgeber stolz sein, weil Sie gehören zu denen, die sich hier weiterbilden, die interessiert sind an Ihrem Beruf und die mehr wissen wollen. Ich finde das klasse. Ich finde es auch hervorragend, dass wir jedes Jahr immer wieder eine Truppe haben, die bereit ist, sich hier vorne hinzustellen und aus der Pflege für Sie, für das Assistenzpersonal, für die Pflege Vorträge ausgearbeitet haben und die Sie hier vortragen, mit viel Eifer und viel Enthusiasmus. Das macht mich stolz. Und es ist schön, wenn man als Arzt eben mit Mitarbeitern zusammenarbeiten darf, die engagiert sind, die auch gleichzeitig viele verschiedene Rollen erfüllen müssen. Viele von Ihnen haben Familie und müssen dafür da sein. Und zusätzlich versuchen Sie auch, einen guten Job im Beruf zu machen und auch da oft an mehreren Stellen gleichzeitig. Sei es an der Rezeption oder bei der Mithilfe, bei Untersuchungen im Katheterlabor oder bei der Spiroergometrie. Sie werden über diese Themen schon einiges gehört haben. Einige werden wir Ihnen heute neu vorstellen. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam eben wieder eine erfolgreiche Veranstaltung haben. Und ich hoffe, dass es uns allen auch gelingt, das Gesundheitswesen weiterhin intakt zu halten und dass es hoffentlich den Politikern gelingt, auch die Zahl der Pflegekräfte und des Assistenzpersonals weiter zu vermehren, weil das werden wir brauchen, sonst werden wir das nicht schaffen. Vielen Dank an Sie alle, die Sie hier sind. Ja, guten Morgen. Auch ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem nun mal, ich glaube, 18. Herz im Fokus von der Pflege für die Pflege. Ja, mir geht die Stimme wie jedes Jahr am Anfang immer ein bisschen weg, ist okay. Herr Dr. Jochum, vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Dem brauche ich eigentlich nichts mehr mehr hinzuzufügen. Und auch ich freue mich, dass wir jedes Jahr wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die sich zusätzlich zu ihrem täglichen beruflichen und privaten Tagesablauf bereit erklären, hier mitzuwirken. Dankeschön an euch. Ich möchte mich im Besonderen auch bei unseren beiden Chefärzten bedanken, die ohne die diese Veranstaltung nicht laufen würde, weil die Ärzte implementieren die Industrieausstellung und über die werden wir gesponsert. Und so dürfen wir halt auch Sie einladen, an solch einem Symposium teilzunehmen. Ich möchte jetzt nicht noch viele große Worte machen. Lassen Sie uns mit dem Tagesablauf beginnen. Bevor wir einsteigen, noch eine kleine Erinnerung oder überhaupt eine Erinnerung. Wir haben im zweiten Teil unserer Veranstaltung das Thema Patientenverfügung. Wir haben uns überlegt, dass es viel mehr Sinn macht, dass Sie uns Ihre Fragen notieren. Am Ende des Saales zwischen beiden Ausgängen steht eine Pinnwand, davor steht ein Tisch mit Fragekarten oder mit Karten, auf denen Sie bitte Ihre Frage notieren. Das machen Sie am geschicktesten zu Beginn der Pause. Wir werden so in der Hälfte der Pause die Claudia und ich diese Karten einsammeln und einfach mal gucken, was so an Fragen kommt und dann selektieren. Das wäre nett, wenn Sie uns da mit Fragen zur Seite stehen, damit wir sie ein bisschen einfacher haben. So, Pause wird sein, so gegen 11 Uhr, eine Dreiviertelstunde bis zu 11.45 Uhr und dann werden wir in den zweiten Teil unserer Veranstaltung starten. Starten gibt mir das gleiche Stichwort. Ich darf Frau Nicole Aguin auf die Bühne bitten. Frau Aguin oder Nicole wird uns in die Thematik der Spirum-Ergometrie einweihen. Ein sehr interessantes Thema, auch für mich war es ganz neu. Und lassen Sie sich überraschen. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. An die französischen Kollegen, bienvenue. Bonjour, madame et monsieur. Ich werde Ihnen heute was über die Spirum-Ergometrie erzählen. Allez le bleu, eine Hommage an die Franzosen unter uns. Was haben diese jungen Männer eigentlich mit dieser Untersuchung, die ich Ihnen vorstelle, zu tun? Folgendes, alle diese jungen Männer müssen diese Untersuchung durchlaufen. Was ist eigentlich eine Spirum-Ergometrie? Die Spirum-Ergometrie ist ein nicht-invasives, diagnostisches Verfahren. Da wird gemessen die Atemgase während einer körperlichen Belastung und die Reaktion von Herz, Kreislauf, Atmung und Stoffwechsel, sowie die kardiopulmonale Leistungsfähigkeit und die Muskelarbeit. Wie setzt sich das Wort eigentlich zusammen? Es setzt sich zusammen aus Spirum, Atmen, Ergo, der Arbeit und die Metrie, das Messen. Ist das CPET das gleiche wie eine Spirum-Ergometrie? Ganz klar, ja. In der Literatur wird es häufig abgekürzt als CPET. Aus dem Englischen abgeleitet, Cardio-Pulmonary Exercise Test. Wann darf ich eine Spirum-Ergometrie durchführen? Die Kardinalfrage des Ganzen ist eigentlich, wo liegt die Ursache einer unklaren Dyspnö? Wo liegt die Ursache einer unklaren Leistungseinschränkung? Es wird auch genutzt, wie nochmal am Anfang gesagt, bei Sportlern zur Beurteilung. Demaskierung bei Patienten, die mangelnde Kooperationsbereitschaft zeigen. Es kommen Patienten ins Haus, die sagen, ich habe immer Beschwerden, keiner kann mir helfen, ich weiß nicht, woher sie kommen, kommen sie vom Herz, kommen sie von der Lunge oder haben sie eine andere Ursache? Die Spirum-Ergometrie ist auch die Therapiekontrolle bei einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung. Die Spirum-Ergometrie findet auch Anwendung in der Arbeitsmedizin, in der Prävention und in der Beratung und auch beim Fettstoffwechsel, bei Diabetes oder auch Adipositas. Die kardiologischen Indikationen, wir hier bei Herz in Fokus, fokussieren uns auf die kardiologischen Ursachen. Die eingeschränkte linksventrikuläre Funktion ist die erste Indikation. Angeborene Herzfehler ist eine Indikation. Die KHK, chronische Herzinsuffizienz oder auch die Frage nach einer kardiologischen Belastbarkeit. Will ich eine Belastungsdifferenzieren, wie eben schon erwähnt, kann ich mir eine Spirum-Ergometrie zu Hilfe nehmen. Die Herz-Thorax-Chirurgen machen sich es zunutze, einfach um postoperative, perioperative oder präoperative Risiken einzuschätzen, vor einer Lungentransplantation oder auch vor einer Herztransplantation. Welche Spirum-Ergometrie-Arten gibt es eigentlich? Das Gängigste ist das Fahrradfahren, dann kommt hinzu der Hand- oder Kurbel-Ergometer, es kommt der Stepper hinzu, der Ruder-Ergometer, die Kanu-Spiro-Ergometrie oder auch der Schwimmkanal. Schwimmkanal, ich habe Ihnen einige Bilder mitgebracht, um Ihnen das ein bisschen zu verdeutlichen. Wichtig ist, dass bei einer Spiro-Ergometrie es immer sportlerspezifisch stattfindet, also jemand, der ein Schwimmer ist, sollte, wenn möglich, nicht aufs Laufband gestellt werden. Das ist die Fahrrad-Spiro-Ergometrie, so wie sie bei uns im Herzzentrum stattfindet. Sie sehen hier die EKG-Ableitungen ganz normal, wie Sie es in der Praxis auch machen. Wir haben uns zur Hilfe gemacht, dass bei Oberkörper- und Unterkörperbewegungen die Extremitäten-Ableitungen stark verwackelt sind. Wir kleben sie auf den Rücken. Sie sehen auch hier die Maske, die würde ich Ihnen nachher noch mal ein bisschen näher vorstellen. Der Fixierungsgurt der Maske, hier vorne liegt die Turbine und das Messgerät. Die Turbine misst durch einen Drehventilator die Ein- und Ausatmung. Dadurch wird es durch den Computer errechnet. Was gibt es dann noch? Der Kurbel-Ergometer. Patienten, die nicht mobil sind, nicht Fahrrad fahren können oder denen sonst irgendwas im Wege steht, denen haben wir die Möglichkeit eingeräumt, mithilfe der Entwicklung einen Kurbel-Ergometer zu benutzen. Die Patienten sitzen im Rollstuhl und kurbeln mit der Hand. Spitzensport. Hier haben wir es. Die Ruderspiro-Ergometrie. Die junge Dame hat den Rudersport für sich entdeckt und weil sie zum Leistungssport gehört, absolviert sie eine Spiro-Ergometrie. Dass man sich mal so ein bisschen vorstellen kann, welche Möglichkeiten es gibt. Die Laufbandspiro-Ergometrie wird neben der Fahrradspiro-Ergometrie wohl das gängigste sein, was sie kennen. Und last but not least ein Highlight. Die Schwimmspiro-Ergometrie. Sieht ein bisschen aus wie im Science-Fiction-Film, ist es aber eigentlich nicht. Der junge Mann hier hat die Aufgabe, Gerätschaft, Messgeräte und das Kabel am Patient oder am Probanden festgemacht, am Schwimmbadrand mitzuführen. Somit wird es möglich, dass der Schwimmer während dem Schwimmen im Prinzip seine Atmung messen kann. Beziehungsweise kann gemessen werden. Damit das noch ein bisschen deutlicher wird, habe ich noch ein Bild mitgebracht. Da wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Und zwar hier die Schwimmspiro-Ergometrie. Oben im Prinzip, wie beim Schnorchel, wird befestigt, wie bei der Maske auch, die Messturbine. Und das Kabel ist nochmal an diesem langen Stab, mit dem der Assistent am Schwimmbadbecken vorbeigeht. Ist nicht so ganz gängig und auch nicht so ganz bekannt. Deswegen habe ich Ihnen die Bilder einfach mal mitgebracht, damit man sich da einfach ein Bild davon machen kann. Wann darf ich eine Spiro-Ergometrie nicht durchführen? Eigentlich gelten die gleichen Kontraindikationen wie bei der Ergometrie. Das sind unkontrollierte Arrhythmien, AV-Blockierungen, insbesondere 2 und 3. Der frische Myokardinfarkt, die dekompensierte Herzinsuffizienz. Die Patienten bekommen eh sehr schlecht Luft, haben eventuell dicke Beine, können schlecht Fahrrad fahren. Darunter gilt auch alle entzündlichen Erkrankungen des Herzens. Die Perikathitis, die Myokathitis und auch die Endokathitis. Wann darf ich noch nicht eine Spiro-Ergometrie machen? Machen bei einer frischen Thrombose, wenn Patienten schon eine Ruhe-Hypoxämie haben, bei einer Pneumonie, jetzt akut die Grippewelle, akute Infekte, Fieber oder ein Asthma-Bronchiale ohne Therapie. Wo sind Kontraindikationen, die ich eventuell abwägen muss? Der Myokardinfarkt. Da steht es dem Untersucher immer frei zu sagen, mach ich oder mach ich nicht. Es gibt in der Literatur, kennen wirkliche Aussagen, in welchem Zeitraum danach Spiro-Ergometrie wieder erfolgen kann. Dann, bei uns im Krankenhaus, ganz oft, die Patienten sind interveniert, haben eine Leistenpunktion. Da sollte man auch eine gewisse Zeit warten, bis die Leiste sich erholt hat. Tarekadien. Bei 100 bis 120 Schlägen pro Minute in Ruhe sollte der Patient nicht belastet werden. Die pulmonale Hypertonie stellt auch eine Kontraindikation dar. Die Karotisstenosen, die zerebrale Durchblutungsstörung. Da muss der Arzt auch abwägen, mach ich es oder mach ich es nicht. Bei der schlecht eingestellten Epilepsie birgt es immer die Gefahr, dass es in der Spiro-Ergometrie zu einem Anfall kommt. Durch den Stress, den ich den Patienten aussetze, wenn er schlecht eingestellt ist, mit Medikamenten, kann es sein, dass er einen Anfall bekommt. Dann die HOCM, die angeborene oder nicht angeborene Verdickung der Herzmuskeln. Da sollte man auch nochmal unterscheiden, mach ich es oder mach ich es nicht. Wie bei allem ist das irgendwann mal entstanden. Das will ich Ihnen ganz kurz erklären. Kurz, weil der Exkurs in die Vergangenheit der zeitliche Rahmen unserer Vorträge sprengen würde. 1789 ist das erste Mal mit Hilfe einer Gesichtsmaske die Atmung gemessen worden. Dann, ein paar Jahre später, hat man die Expirationsluft, die ausgeatmet wurde vom Patient, untersucht. 1887 sind die ersten Ergometer gebaut worden. Das ist mal ein Bild aus der Vergangenheit, das mal ungefähre Vorstellung hat, wie sah das eigentlich aus. So, was ist denn das? Sieht aus, als würde jemand mit dem Hund spazieren gehen, wie der junge Mann eben am Beckenrand. Das ist die Erfindung, die stattgefunden hat 1911. Der Douglas-Sack wird erfunden. Eine Riesenerfindung, weil es jetzt erst möglich war, die Luft zu sammeln und zu analysieren. Diese großen Säcke, die hier am Fahrrad sich befinden, sind die Douglas-Säcke. Das hier ist der Knipping-Stoffwechsel-Apparat. Was zum Teufel ist ein Knipping-Stoffwechsel-Apparat? Der gute Mann hat die Entdeckung gemacht, dass man messen kann, was der Patient oder der Proband atmet. Er hat entdeckt die maximale Sauerstoffaufnahme. Deswegen heißt der Apparat auch der Knipping-Stoffwechsel-Apparat. Das ist hier ein Foto aus einem sehr alten Buch. So, was hat man damals schon für Informationen gesammelt? Die Informationen hat man gesammelt über die Sauerstoffaufnahme, die CO2-Abgabe, das Atem-Minuten-Hulung, also die Milliliteranzahl an Luft, die der Patient in einer Minute atmet. Und diese Werte haben sich gehalten bis heute. 1929 hatte Herr Hill die maximale Sauerstoffaufnahme. noch zusätzlich entdeckt. So, wann kam es zum Durchbruch? 1929 haben sich zwei Leute zusammengetan und gesagt, okay, wir können die Ergometrie mit der Spirometrie kombinieren. So entstand die Spiroergometrie. Das Ganze hatte bis hier gedauert, wie es auch mit der Mode ist, bis es zu uns nach Europa rüberschwappt. 1959 hat die Sporthochschule gesagt, wir starten Untersuchungen und ermitteln Normwerte für alle, für Frauen und für Männer. Was muss ich beachten, wenn ich eine Spiroergometrie durchführe? Der Patient sollte keine beengelnde Kleidung anhaben. Also es nutzt nichts, wenn der Patient geschniegelt und gestriegelt zum Termin kommt und dadurch sich unwohl fühlt und nicht ordentlich oder nicht gut Fahrrad fahren kann. Optimal sind Sportschuhe. Diese Schuhe wären natürlich absolut ungeeignet. Wobei es gibt Patienten bei uns im Herzzentrum, die haben schon eine Spiroergometrie in den Ballerinas ihrer Ehefrau absolviert. Und das nicht ganz schlecht. Was braucht man noch in unmittelbarer Nähe? Ein Blutgasanalysator und Entnahmematerialien natürlich für die BGA. Man sollte dem Patienten Ruhe und Sicherheit vermitteln. Und es sollte auch in dem gleichen Raum, in dem die Untersuchungen gemacht werden, keine parallel stattfindenden Untersuchungen laufen. Optimal ist es, wenn der Patient aufgeklärt wird. Das heißt, im Arztgespräch vorher schon wird gesagt, Sie machen eine sportliche Untersuchung mithilfe einer Atemmessung. Man sollte dem Patienten auch sagen, er trägt während der Untersuchung eine Maske. Das ist ganz wichtig. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht bei uns aus dem Herzzentrum. Sie sehen hier unsere Spiroergometrie. Wir machen eine Fahrradergometrie. Das ist hier unser Fahrrad. Unser Computer, der uns im Prinzip alles schon analysiert und umrechnet. Angeschlossen das EKG mit Saugelektroden, weil es durch den Schweiß einfach dazu kommt, dass Klebeelektroden sich des Öfteren ablösen. Hier kommt es dann zu Artefakten. Bereitstehen sollte immer ein Defibrillator. Es sollte immer die Möglichkeit sein, einen Notfall abzusetzen. Bei uns im kardiologischen Funktionsbereich ist es so, dass alle mit einem Telefon versehen sind und es ist jederzeit möglich, einen Notruf abzusetzen. Noch hier eine Liege. Die kann man sich zunutze machen, um ein Ruhe-EKG zu schreiben, bevor die eigentliche Untersuchung stattfindet. Was muss ich beachten, wenn ich den Patienten vorbereite und die Untersuchung vorbereite? Der Patient muss auf keinen Fall nüchtern bleiben. Es ist ausreichend, wenn er eine kleine Mahlzeit zwei Stunden vorher einnimmt. Das soll kein üppiges Mahl sein und auch die Weihnachtsgans sollte außer Acht gelassen werden. Wie eben erwähnt schon, Defibrillator, Notfallausrüstung und Telefon sollten bereitstehen. Wie im Herzzentrum sah, messen automatisch bei der Untersuchung regelmäßigen Zeitabständen von zwei oder fünf Minuten den Blutdruck. Der Patient sollte mündlich seine Einwilligung geben. Eine schriftliche Einwilligung ist nicht erforderlich, weil es keine invasive Untersuchung darstellt. Nach Rücksprache, und eigentlich ist es uns auch lieber, dass der Patient eine Venenverweilkanüle hat, aus dem ganz einfachen Grund. Sollte es zum Notfall kommen, verliert man hier keine unnötige Zeit. Wichtig ist es auch, dass der Patient keine Vorbelastung hat. Das heißt, er kommt, wenn ich im dritten Stock die Praxis habe, bitte nicht zu Fuß die Treppen hoch, sondern benutzt den Fahrstuhl. Somit sind die Werte nicht verfälscht und er hat keine Vorbelastung. Bei uns im Herzzentrum werden die Patienten gebracht mit dem Rollstuhl und auch danach wieder abgeholt. Was brauche ich noch? Ganz klar, Patientendaten, Gewicht und Größe. Und was kann ich mir noch zur Hilfe nehmen? Die Borg-Skala. Wenn Sie vielleicht in der Pulmonologie eingesetzt waren, kennen Sie die Borg-Skala. Die Pulmonologen nehmen sich diese Skala zur Hilfe. Wir nehmen uns hier auch zur Hilfe. Damit hat der Patient einfach die Möglichkeit, subjektive Belastung und Luftnot zu äußern, in eine Zahl umzuwandeln. und es ist objektiv dargestellt. Die Borg-Skala war früher oder ist heute noch in manchen Kliniken gängig, von 6 bis 20. Das hat viele Patienten verwirrt. Ja, wo soll ich denn jetzt anfangen? Ich habe aber nur 1 Luftnot. Und dann hat man sich hingesetzt und hat gesagt, okay, wir modifizieren diese Borg-Skala einfach von 1, sehr, sehr leichte Belastung, sehr, sehr leichte Düspel, bis hin zur 10. Wo der Patient sagt, ich kann nicht mehr, ich höre jetzt auf. Was beeinflusst noch eine Spiroergometrie? Natürlich den Trainingszustand eines Patienten, die Medikation, die der Patient hat, hat der Beta-Blocker in der Medikation. Seine körperliche Konstitution, ist das ein charaktischer Patient, ist das ein adipöser Patient? Wie alt ist der Patient? Jemand, der schon Vorerkrankungen hat, ein 80-jähriger Patient, hat andere Konstitutionen, wie ein Sportler, jung, gut aussehend, 25 Jahre und durchtrainiert. Was auch noch Einflussfaktoren sind, während der Untersuchung, ist die Tageszeit. Jeder Mensch hat andere Tagesspitzen und Tagestiefen. Der Trainingszustand eines jeweiligen und auch noch, welche Erkrankungen hat er, als Vorerkrankung hat er vielleicht eine Anämie, und schon von Grund auf wenig Sauerstoffträger zur Verfügung, hat er eine Herzinsuffizienz und ist schon sowieso nicht so belastbar. Das sollte man alles noch mal im Hinterkopf haben, während man eine Spiroergometrie durchführt. Was muss man noch im Hinterkopf haben? Fehlerquellen. Überall, wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Patienten, die eine Maske aufkriegen, haben häufig emotionalen Stress. Wie entsteht der Stress? Die haben eine Maske auf, vorne ist ein Sensor, das komplette System ist dicht. Die hyperventilieren. Ich kriege keine Luft. Das ist eine objektive Empfindung. Das aber wiederum führt zu Hyperventilation und ist eine Fehlerquelle. Dann kann ich vergessen, bei der forcierten Spirometrie die Nasenklemme aufzusetzen. Passiert. Habe ich die Gasflasche geöffnet? Oder ist sie noch zu? Passiert auch. Mit zunehmender Belastung kommen auch die zunehmenden Artefakte. Der Oberkörper bewegt sich, die Beine werden angezogen, man muss mehr Kraftanstrengung machen, um einfach diese Leistung zu bringen. Fehlerhafte Messungen zu Beginn der Spiroergometrie in der forcierten Spirometrie führen auch zu falschen Messwerten. Die Undichtigkeit der Maske. Bartträger. Wie bekomme ich bei einem Bartträger die Maske dicht? Man muss dem Patienten auch sagen, wie ist es, wenn er die Maske auf hat. Er kann nicht mehr sprechen und sagen, oh, ich möchte jetzt aber aufhören. Das verfälscht uns auch die Werte. Er muss im Prinzip vorher wissen, ich verständige mich über Handzeichen. Wir sind im Herzzentrum, da bemüht, die Fragen zu stellen, dass der Patient einfach antworten kann. Ja, es geht mir gut, ich mache das weiter, ich schaffe das. Oder nein, ich muss jetzt aufhören. Es ist mir zu viel, meine Beine werden schwer oder ich habe thorakale Beschwerden. Was ist noch eine Fehlerquelle? Auch oft bei der Ergometrie die falsche Einstellung vom Sattel. Wir nehmen im Herzzentrum den Beckenknochen als Anhaltspunkt. Der ist bei mir vielleicht jetzt schwächer zu erkennen als bei manch anderem. Aber Sie nehmen den und machen die Höhe des Sattels in Höhe des Beckenknochens. Und so haben Sie einen Anhaltspunkt, wie hoch der Sattel eingestellt werden soll. Weil wenn der Sattel oder die Höhe falsch eingestellt ist, kommt es zu Schmerzen. Der Patient hat Schmerzen im Unterleib, bricht die Untersuchung eventuell ab oder kann die Leistung sogar nicht richtig abrufen. Der Sattel sollte auch, können Sie auch die Tipps für zu Hause nutzen, waagerecht ausgerichtet sein. Er soll nicht nach vorne gekippt sein und er soll auch nicht nach hinten gekippt sein. Wie gesagt, das führt zu Unterleibsschmerzen und halt auch zum eventuellen Abbruch. Es gibt die Fersenmethode, mit der man eigentlich messen kann, sitzt der Patient richtig auf dem Fahrrad. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht. Bei maximaler Streckung des Beins zeigt die Ferse nach unten. Somit ist die Kraftübertragung am Rad somit am größten. Das Bein ist durchgestreckt, wie Sie sehen. Die Ferse zeigt nach unten, aber nicht ganz nach unten. Hier noch ein Bild. Wie sieht es aus, wenn der Patient auf dem Fahrrad sitzt? Dann haben wir hier bei der maximalen Ausstreckung ungefähr 150 Grad. Sie brauchen nicht mit dem Geodreieck nebendran zu stehen und zu messen, aber Sie werden es mit der Erfahrung sehen. Und bei maximaler Anziehung des Knies sind es ungefähr 65 Grad. Als Tipp. Auch für zu Hause, fürs E-Bike oder für den Ergometer im Wohnzimmer gedacht. So, ein kurzer Überblick zur Durchführung. Das EKG in Ruhe schreiben wir, um einfach Ichämien auszuschließen, dass der Patient im Moment akut vor der Untersuchung keine sichtbaren, im EKG sichtbaren Beschwerden hat. Dann folgt die forcierte Spiroergometrie. Schwierig für die Patienten ist es, das Mundstück, das ich Ihnen hier fotografiert habe, mit dem Mund komplett zu umschließen und dabei auch noch die Zunge unter dieses breite Stück zu legen. Gut ist es für die Patienten, wenn Sie ihm das Mundstück einfach mal geben, lassen es ihn mal anziehen und einfach sich ein paar Sekunden dran gewöhnen. Dann erst würde ich das Mundstück noch mal rausnehmen, würde dem Patienten erklären, wie die Atemkommandos jetzt erfolgen und dann noch mal das Mundstück anziehen. Der Patient muss atmen in Ruhe, er muss tief einatmen und er muss einmal maximal ausatmen. Das sind so Geräusche, die man aus der Praxis oder aus der Endoskopie in der Luvo kennt, wenn die Pflegekräfte den Patienten anfeuern und sagen, noch, 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 damit alle Luft wirklich der Lunge entweicht. Wie kann man eine Maske richtig anpassen? Sie nehmen im Prinzip den Finger auf die Nase und den Daumen unten ans Kinn und haben einen ungefähren Anhaltspunkt, welche Maske Sie nehmen. Wir im Herzzentrum bevorraten Masken in Größe X, S, S, L und M. Es ist aus wirtschaftlicher Sicht so, dass wir lange Zeit von Hand aufbereitet haben, desinfiziert haben, Lösungen angesetzt haben, ausgeweicht haben und trocknen lassen. Aber der personelle Zeitaufwand steht höher als der Kostenfaktor für eine Einmalmaske. Somit sind wir umgestiegen auf eine Einmalmaske. Nichtsdestotrotz habe ich Ihnen Masken mitgebracht. Sie können sich die nachher in der Pause gern mal aufsetzen, mal fühlen. Wie fühlt sich das an? Wie ist es, wenn ich die Hand vorhalte und es kommt keine Luft mehr? Was hat denn der jetzt mit meinem Vortrag zu tun? Außer, dass wir in der Vorweihnachtszeit sind. Das ist der Hans Rudolf. Der Rudi, Entschuldigung. Und wer heischt noch? Hans Rudolf. Unsere Masken. Die heischen wirklich Hans Rudolf. Sie dürfen sich gern überzeugen. Ich habe Ihnen hier Fotos mitgebracht, damit Sie einfach mal sehen, aber auch die Veranschaulichung hier vorne. Das sind diese wiederaufbereitenden Masken, die man mehrmals verwenden kann. Wir verwenden die nur zum Anprobieren der Masken, weil diese Einmalmasken genau die gleichen Größe haben, wie diese wiederverwendbaren wiederverwendbaren Masken. Wer darf denn sowas eigentlich machen? Wer darf Spiroergometrie betreuen? Ich denke, Sie alle dürfen das hier. Fachmedizinische Angestellte, Krankenschwester und Krankenpfleger und natürlich auch Gesundheits- und Krankenpfleger. Die Durchführung hat ein Arzt. Im kardiologischen Funktionsbereich im Herzzentrum Saar haben alle Mitarbeiter eine spezielle Untersuchung genossen. Und Voraussetzung ist, dass man so eine Untersuchung machen darf und auch assistieren darf, dass man eine Einweisung hat, eine technische Einweisung. Die muss natürlich, wie alles andere in unserem Leben, dokumentiert werden und wird festgehalten in Paragraf 5, Absatz 3. Das ist die Einweisungsdokumentation. Früher gab es kleine Pässe, heute gibt es dafür die Software, bei der man das hinterlegen kann. Es kann auch in der Personalakte hinterlegt werden. Ist kein Problem. So, zum Knackpunkt des Ganzen. Was sagt die Gebührenordnung? Eine in der Praxis durchgeführte Spirometrie kostet zwischen 40 und 162 Euro. Wenn die Berufsgenossenschaft das für eine arbeitsmedizinische Untersuchung durchführt, kann man 123 Euro abrechnen. Wir in der Klinik bekommen eine Grundpauschale und einen Zusatz für eine erbrachte Leistung. Somit ist der Gesamtbetrag um die 50 Euro. Das deckt nicht im geringsten die Kosten, die wir haben für die Geräte, die wir angeschafft haben, für die Materialien und für den personellen Einsatz. Nichtsdestotrotz führen wir es durch, weil die Spiroergometrie halt ganz, ganz viele Fragestellungen beantworten kann. Wer darf zuweisen? Alle niedergelassenen Kardiologen dürfen zuweisen. Wir im Herzzentrum Saar haben einen ermächtigten Arzt, der ambulante Spiroergometrien durchführen kann. Das ist unser Herr Dr. Bastian, der ist Oberarzt bei uns im Herzzentrum. Für Fragen zu den Zuweisern, für die Einweisung oder die Untersuchung selbst stehen wir Ihnen natürlich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Nochmal, welche Werte werden eigentlich gemessen? Das Atem-Minuten-Volumen, die Sauerstoffaufnahme, die Kohlendioxid-Aufgabe, die geleistete Muskelarbeit, die wiederum wird in Watt gemessen. Wir messen die Blutgase, wir messen Puls und Blutdruck und wir messen die Sauerstoffsättigung. Wann spreche ich eigentlich ab? Wann sage ich, okay, halt, hier sind wir an dem Punkt, da geht es dem Patienten nicht mehr gut, ich sehe es im EKG oder der Patient sagt auch selber, es geht ihm nicht gut. Allgemeine Ischämie-Zeichen, insbesondere die ST-Streckensenkung, Angina-Pectoris-Beschwerden des Patienten, die Zyanose, die vielleicht während der Untersuchung auch immer mehr sichtbar wird, Rhythmusstörungen sichtbar im EKG oder die Sättigung fällt unter 80%. Der Patient äußert, mir ist schwindelig oder man merkt, er hat Gleichgewichtsstörungen. Er signalisiert, meine Beine werden schwer, ich kann jetzt nicht mehr weitertreten, ich bin muskulär erschöpft. Oder ist es sichtbar, dass der Blutdruck vom Ausgangswert 20% abfällt, dann ist es auch eine Indikation, die Spiroergometrie zu beenden. Ein anderes Abbruchkriterium ist, der fehlende Anstieg des Blutdrucks über zwei Belastungsstufen während der Spiroergometrie. Oder man sieht, oh, der Patient wird jetzt kaltschweißig, der schwitzt, nicht nur wegen Erschöpfung, sondern weil er einfach jetzt zentralisiert und es geht ihm nicht gut. Das ist auch ein Kriterium, um die Spiroergometrie abzubrechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne, vorweihnachtliche, besinnliche Zeit ohne Stress. Dankeschön, Nicole. Das war sehr, sehr, sehr interessant. Also auch ich habe im Vorfeld dieser Vorbereitung ganz viel gelernt. Ich habe auch viel nachgefragt und ich hoffe und ich schätze, ich glaube, dass wirklich Fragen noch kommen werden. Gibt es Fragen? Wirklich keine. Niemand? Sabrina? Moment, der Jürgen, unser Haus- und Hochfotograf. Liebe Nicole, wie ist das denn, wenn die bei einer Schwimmergometrie diese Maske mit dem Aufsatz aufhaben, können die durch diese Maske atmen? So wie beim Schnorcheln, durch einen normalen Schnorcheln? Genau, man kann sich das im Prinzip vorstellen, wie beim Schnorcheln, dann kann ich ja durch den Schnorchel auch atmen. Allerdings wird das gemessen. Auf dem Schnorcheln sitzt ja dieser Messkopf, diese Turbine genannt, und die misst die Atmung, die Einatmung und die Ausatmung. Aber die Atmung funktioniert ganz normal, wie beim Schnorcheln auch. Das ist natürlich Gewöhnungssache. Wenn wir Schnorcheln gehen als Laie, muss man sich da erst dran gewöhnen. Aber Schwimmer oder auch Sporttaucher, das ist für die wie Fahrradfahrer. Hat noch jemand Fragen? Ja, da hinten. Hallo. Hallo. Ich habe gesehen, das ist ja wie eine Verlängerung, und dadurch wird ja auch der Todraum verlängert. Verfälscht das nicht die Messwerte, oder werden die Einatmung und die Ausatmung getrennt bewertet? Oder gehen die über einen differenzierten Ein- und Auslass? Gut, der Todraum muss ja, wie zum Beispiel auch bei der Beatmung, haben Sie ja auch einen Todraum durch den Tubus, der muss ja mitberechnet werden. Und ich denke, bei der Schwimmergometrie wird es mit Sicherheit auch einen Modus geben, der diesen Todraum mit berücksichtigt. Das ist ja auch wie gesagt nochmal bei der Beatmung, über einen Tubus oder beim Tracheostoma gibt es ja auch einen gewissen Weg, der überbrückt werden muss. Also somit gehe ich aus. Da mir aber keine Schwimmergometrie durchführen, kann ich die Frage nicht so ganz konkret beantworten, aber ich kann es so erklären, dass es im Prinzip durch gewisse Programme mitberechnet wird. Frage beantwortet? Dankeschön. Noch Fragen? Ja, dann recht herzlichen Dank, Nicole.